Ja, natürlich gibt es mehrere Faktoren, warum man so einen Lehrgang macht. Eins ist Teambildung. Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, weil ich sage, wir sind ein Team. Wir sind der Landesverband Württemberg und wir wollen gemeinsam auch auftreten. Letztendlich steht zwar jeder selber auf der Matte, aber wenn man schon demonstrieren kann, dass man ein Team ist, das bringt doch auch wieder das ein oder andere Prozent, wo einfach hilfreich denn ist für einen wichtigen Kampftag nachher an der deutschen Meisterschaft. Ja, natürlich. Also die haben wirklich alle super mittrainiert. Das war wirklich ein toller Lehrgang. Viel aber auch nicht jedes Mal. Es ist kein Ausfall zuvorzeichnen gewesen bisher. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch in der letzten Einheit so. Und das ist dann ganz wichtig für uns auch, dass wir dann wirklich zufrieden nach Hause gehen können und wirklich sagen können, okay, diese zwei Tage intensives Training haben sich gelohnt und die Athleten sind dann auch zufrieden. Ja, und dann haben wir einen guten Job gemacht und die natürlich auch.